Ich lerne Deutsch. Nummer 5212 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Soll ich testen, ob sich die beiden Stäbchen in der Mitte treffen? Soll ich testen, ob sich die beiden Stäbchen in der Mitte treffen? Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mir dein Vorschlag besonders gut gefällt. Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Was meinst du dazu? Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir wissen genau, was zu tun ist. Vor dem Schlafengehen werden die Zähne geputzt. Ich habe die Lösung gefunden. Ich brauchte nur etwas Zeit, und dann hat es plötzlich geklappt. Wir trafen uns zuerst in einem Restaurant in München. Wir trafen uns zuerst in einem Restaurant in München. Wir mochten uns sofort. Von Autorinnen und Autoren werden gute Schreibfähigkeiten erwartet. Von Autorinnen und Autoren werden gute Schreibfähigkeiten erwartet. Die Straße führt am Meer entlang. Zu dieser Tageszeit gibt es nur wenig Verkehr. Die Straße führt am Meer entlang. Zu dieser Tageszeit gibt es nur wenig Verkehr. Das macht mir Angst. Mit einer Spinne in der Dusche habe ich nicht gerechnet. Das macht mir Angst. Mit einer Spinne in der Dusche habe ich nicht gerechnet. In diesem Jahr kommt der Winter früher als sonst. Ich habe schon die erste Kehrmaschine gesehen. In diesem Jahr kommt der Winter früher als sonst. Ich habe schon die erste Kehrmaschine gesehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Straße ist jetzt nicht so wichtig. Über die Süßung. Du bist es nicht so wichtig. Ich habe schon die erste Kehrmaschine. In diesem Jahr. Ich habe schon die Aufmerksamkeit. Das ist eine Aufmerksamkeit. Vielen Dank.